heute leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von michael days wir sind wie immer unsere häuschen was haben wir letzte folge ich muss was hier bitte machen weil es kann nicht so weiter geht so aber erst mal ich will mich über ich kümmere mal habe ich zwei sachen nahrung und diese loch bei creeper letzte folge uns das gemacht haben sie den zaun gemacht für die hp und spitz agerisch und ich fast völlig jetzt machen es ein fette ich ein was brauchen wir nicht aha heute dass wir wenn uns nicht verlaufen leute mache ich was folgendes ich suche was bestimmtes weil die sehr viel wasser und das wechseln die zuckerrohr suche ich heute hoffe ich finde ich heute das brauche ich unbedingt das immer wächst neben wasser das habe ich da gemacht also ich schon kommen die mich hier lang sehr toll haben wir schon hier so das habe ich gebraucht und scheiße habe ich nicht also machen wir die eine weg gut weil ich wollte den baum haben denn die umgebung habe ich die alle bäume welche ich suche zu spüren zu bauen komm noch eins ich brauche noch eins dann werde glücklich wo ist das mich jetzt habe ich habe ich auch gut gut und da sind wir fertig händchen können wir auch machen wo was will ich in dieses wo habe ich den tag gebaut was will ich da rein machen sag ich euch gleich da will ich kühl machen kühl brauche man sofort und will ich auf ganze fläche immer züchten deswegen brauche ich sehr 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 viel weizen und dass ich kann auch scheiße ich sehe fehler also brauchen wir erde mein lieben ja er hatte so ich hoffe dass er reicht uns von weizen aus aber er aller aller allererste was brauchen wir das zuckerrohr erde genau habe ich gesagt ja da brauchen wir da müssen wir nach oben gehen holz auch nehmen holz 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 da ist holz das brauchen wir das muss ich gleich pflanzen und suchen wir erz nein zuckerrohr erde genau ein stück sollte er reiten mir alles kommt alles hält besser zwar hält besser so jetzt läuft den spruch so und wer habe ich letzte folge gesagt ich habe letzte folge aussehen ich habe gestreamt vor aufnahme dein tag vor aufnahme habe ich gestreamt und habe ich vergessen das hat sich eingeschlagen durch meine headset leute ja headset und deswegen hat vier war letzte folge kein video aber dann habe ich schon besser gesagt das war nicht absichtlich so dass ich wollte aber habe ich will ich machen und ich habe gemacht weil ich mache die aufnahmen in dieser zeit wo habe ich die letzte folge aufgenommen so theoretisch sollte passen so moment da ist wasser da was man wie machen wir das ich weiß nicht ob wir die kai aussehen aua so moment da mache ich so oh super so okay braucht man trotzdem ich brauche noch einmal jetzt gerade okay so viel diese dinge haben wir nicht glaube ich gleich wird die nacht oder nein sollte nicht aber mal sehen so das brauchen wir schnell zu haben dann schaue ich mal schnell okay so okay so gut dann machen wir trotzdem erde will ich ungefähr so breit machen einmal sollte reichen einmal sollte reichen weil wir werden immer wieder das weg machen weil ich will die die ja ähm 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 wie heißt das nochmal zeig mir schnell für zaubertisch machen für zauberung tisch noch machen und da deswegen will ich mich brauche ich die kühe für ein bibliothek zu machen komm hier ist nichts dann machen wir das hier und das hier das wird ein bisschen gemischt ja da hinten sind auch aber jetzt muss ich mache diese folge mache ich keinen nix weil ich will mir karte machen mit karte habe ich gemacht weil sonst verlaufen mich schon wieder durch die karte kann ich sehen wo lang muss ich gehen hoffe ich so ähm was brauchen wir aller aller allererste ist die sand momental brauchen wir echt viel sand und auf wasser passiert gar nicht uns ok das passt das passt das passt und auch also gut weiter ich weiß nicht ob das passt oder nicht machen wir so zack schauen wir mal Entschuldigung aber musste sein was habe ich gemacht äellellellellellellellellellellelleralk doch du sch... ach nee das ist schon richtig der... NEIN NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN ne Meine lebe Meine Liebe... ja genau Habe ich das gemacht? Und theoretisch sollte ich nicht fertig sein Okay theoretisch sollte ich nicht fertig sein Und noch Zack So Passt Das, das, das Zack haben wir Die Erde muss weg Die Erde muss weg Die Erde muss weg So Wir brauchen mal mehr Sinn Aber ist schon gut Nur Sand brauchen wir Und es ist dunkel schon Das ist nicht gut Wirklich nicht gut Da machen wir ja das rein Das hier machen wir ja rein Später müssen wir nichts suchen Das machen wir auch rein Das sollte er lassen Äh, Axt nehmen Ne, wieso Axt? Axt brauche ich nicht So Gehen wir jetzt unten Nach unten So Gehen wir, gehen wir, gehen wir Es ist Nacht schon Gleich Finde ich gut Dann gucken wir ein bisschen in die Mine Das sollte das haben wir Das haben wir Und hier Boah, ich bin blöd Alter, ich sehe ja fucking schnell Hat die Spitte gegeben Oder was So schnell war ich noch nie Hier oben Äh, boah, da ist Genau Das brauche ich unbedingt Ich habe irgendwie das Gefühl Durch die Treppe An die Übertrieben Großen Speed gegeben So Jetzt Zack Zack Boom Oh Gut Das haben wir Machen wir erstmal die kaputte Spitzhacke Ah, ist schon wieder Nix da Gut Nächste Seite Nächste Glück Mal sehr empfehlen Ich will unbedingt Ubedingt Eisen Haben Weil wir haben echt Verdammt Wenig Eisen Wieso Ist schon wieder Kies da Okay Gut Okay Kaputt Gut Schauen wir mal Ob Werde noch Was da Nein Und ich fliege runter Läuft von mir So Das haben wir Machen wir weiter Äh, okay Meine Mutter mag was in Küche Da könnt ihr was hören Konnte sein Eisen Eisen Oder sie haben Sie haben Wird auch super Die Verzaubertische Wird ein bisschen dauern Bis wir fertig haben Weil Erstmal müssen wir die Verdammte Karte machen Wenn Karte haben wir Gemacht Dann Kompass brauchen wir auch Glaub ich Wird ja auch gut Kompass konnte Wahrscheinlich Reichen Okay Es kommt nix Gar nix Momentan Nur Steine Oh Ja Jawohl Warte Ich schaue ich genau Du bist mein Retter Ich habe gedacht Ich habe schon fast Hoffnung Auf Aufgegeben Das Fände ich Hier ist kein Eisen Hier ist kein Eisen Dann Machen wir Fackeln Nächster Hoffe das muss Ja Hat es sich heute gelohnt Echt Fünf Fünf Okay Gut zu wissen Gehen weiter Theoretisch Theoretisch Mal vier Spitzhacken kaputt Dann haben wir So ein Verlust Hier ist gar nix Schade 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 Gehen weiter Okay Entscheint wurde schon Weggekrabbelt Okay Jetzt nicht mehr Seid ihr lustig Bitte Und nix Schade Nächste bitte Oh oh Muss ich jetzt auffassen Weil ich höre schon Lava Davon sollte sein Okay Die lady Glaub ich Orben Und Auffassen Weil Über uns Ist wahrscheinlich Lava Aber Momentan Ist alles Paletti Ja super Gut Gut So Eisen 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 Oh Kohle 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 So So Und Es Klingen Die Erfahrpunkte Anders So Wie Werde Aus Glas So Die Erfahrpunkte Finde ich Cool Boah Ich hasse Kohle Zu Abbau Manchmal Wenn ich Übertrieben Viel Hä Habe ich Was verpasst Ne Gut Machen wir Weiter LOL Da muss man nicht Extra springen Das ist neue Feature Noch Kommt man Einwand Durch Das war Eigentlich Komplett Mit Den Mit Den Kohle Doch Haben wir Super Gold Ich denke Wieso Er springt So Jetzt Weißt du Wieso Weil Jetzt Durch Die steine Er springt Automatisch Das finde ich Nice Übertrieben Geil Weil Immer Mich Genauso Scheiße Muss Immer Als Paar Diese Leer Tasse Leer Tasse Leer Tasse Leer Tasse Leer Tasse Die Haben Das Fick Gemacht Finde Ich Nicht Schlecht Leute Nicht Schlecht Ich Hab Irgendwie Ich Spiele Schon Zweite Folge Ich Hab Das Noch Nicht Bemerkt Weil Ich Hab Immer Noch Leertasse Benutzt So Und Ich Glaube Die Haben Noch Speed Gegeben Bei Lauf So Gut Ich Sehe Was Danke Für Licht Jawohl Jetzt Haben Wir Keine Differenz Wir Haben Jetzt Auf Plus Wir Sind Mit Den Eisen Haben Ja 6 Verloren Und Jetzt Haben Wir 11 Dazu Bekommen Wenn Geht Kaputt Dann Erhört Sich Die Rad Redstone Auch Nicht Schlecht Schade Und Deswegen Geht Das Scheiss Schwer Komm Ist Was Ja Redstone Da Hinten Ist Redstone Noch Weil Redstone Könnt Wir Übertrieben Viel Finden Ich Ich bringe So Und Leider Nicht Ob Geht Redstone Das Aber Leider Nicht So Das Was Jetzt Gehen Wir Zurück Nach Hause Weil Langsam Jetzt Zonen Haben Es Zeit Überschritten Schon Heute Leider Passiert Alter Der Speed Er Ist Echt Übertrieben Hey Ich Habe Kein Fleisch Noch Verloren Ist Hier Die Und Ich Glaube Die Verbrauch Die Okay Mittag Tag Kam Ja Schon Bald Scheiße So Leute Ich Will Sagen Das War Es Und Wir Sehen Uns Nächst Mal Ciao